Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4243 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. So etwas Tolles habe ich noch nie geschenkt bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. So etwas Tolles habe ich noch nie geschenkt bekommen. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Ich war heute schneller als sonst und komme dem Ziel, das ich mir gesteckt habe, immer näher. Ich war heute schneller als sonst und komme dem Ziel, das ich mir gesteckt habe, immer näher. Ich war heute schneller als sonst und komme dem Ziel, das ich mir gesteckt habe, immer näher. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. Egal wo ich bin, ich informiere mich online über alles, was mich interessiert. Der Herbst kommt. Die meisten Felder sind abgeerntet, auf anderen wächst bereits neue Saat. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Bei schönem Wetter sitze ich auf einer Parkbank und lese ein E-Book. Auf meinen Fotos fange ich die Schönheiten der Natur ein. Auf meinen Fotos fange ich die Schönheiten der Natur ein. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Arzt hilft uns sofort und gibt uns einen Blister mit 10 Tabletten. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa 2 bis 3 Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa 2 bis 3 Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa 2 bis 3 Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Kennst du den Wasserfall im Wald? Ich sitze gerne auf dem Waldboden in der Nähe. Kennst du den Wasserfall im Wald? Ich sitze gerne auf dem Waldboden in der Nähe. Kennst du den Wasserfall im Wald? Ich sitze gerne auf dem Waldboden in der Nähe. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich einen Krankenwagen rufe. Aber ich kann mich nicht an die Notrufnummer erinnern. Ich weiß, wo ich für wenig Geld eine gute Hautcreme kaufen kann. Es muss nicht immer eine bekannte Marke sein. Meinem Sohn Lars geht es nicht gut. Er hat Husten und eine laufende Nase. Meinem Sohn Lars geht es nicht gut. Er hat Husten und eine laufende Nase. Mein Sohn hat sich bei mir angesteckt. Jetzt hat er auch Fieber. Jetzt hat er auch Fieber. Die Situation ist verfahren. Wie komme ich da wieder raus? Die Situation ist verfahren. Wie komme ich da wieder raus? Die Golfschläger sind in zwei verschiedenen Golftaschen. Die Golfschläger sind in zwei verschiedenen Golftaschen. Wir fahren mit unserem Bus durch viele europäische Länder. Wir fahren mit unserem Bus durch viele europäische Länder. Ich vervollständige noch schnell eine Zeichnung. Gleich habe ich ein Meeting. Im Durchschnitt trinken die Menschen in Deutschland einen Liter Milch pro Tag. Das ist weniger als in den Vorjahren. Im Durchschnitt trinken die Menschen in Deutschland einen Liter Milch pro Tag. Das ist weniger als in den Vorjahren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Only ein Albert. A, füllen, wir können nicht abdüllen. Ich habe die Gäste nicht nachhaltig,